Und das Lebendige stellt nicht nur zum Schutz, sondern auch zur beschleunigten Promovierung alle entscheidenden Argumente zur Verfügung, welche so überwältigend und unzurückweisbar sind in ihrem Überzeugungskarakter in den jeweils notwendigen Zuschlagsmomenten des Kairos um die genießende Formsubstanz sich ins Werk setzen machen zu lassen, am Ende gerne und dann entsprechende Abzweigsergebnisse ebenfalls in überzeugenden Erlebnissen immer die existenziellen Erfahrungen von Höllen zu Himmel wieder auffahrten und am Ende natürlich auch bei Aufzucht, Aufpäppelung, Promovierung der Produktergebnisse, wobei in den drei Phasen schon ein wenig unterschiedliche Lust- oder Genießensbelohnungen mit unterschiedlichen An- und Abflutungsdynamiken zum Einsatz kommen.